Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 15. Juni. Heute dabei Unity Media, Google Home, Twitter, Snapchat und Elon Musk. Beginnen tun wir mit Unity Media, denn die haben jetzt zwei neue Gigabit-Cities angekündigt. Das sind Städte, die mit Highspeed-Internet versorgt werden oder sprich genauer gesagt mit Gigabit-Geschwindigkeiten. Das waren bislang Bochum und Frankfurt und jetzt sind Köln und Düsseldorf angekündigt. Die sollen dann bereits Ende des Jahres die ersten Haushalte angebunden haben oder den ersten Haushalten die Anbindung zur Verfügung stellen, die dann mit Geschwindigkeiten von fetten 1000 Mbit Download und 50 Mbit Upload ins Internet können. Dafür werden 99,99 Euro fällig und bis März 2019 sollen die Städte flächendeckend angebunden sein oder beziehungsweise die Möglichkeiten für Interessenten da sein, sich entsprechend anzubinden. Schöne Sache, ich in Dortmund habe da nichts von, aber vom nächsten Thema. Denn es gibt Neuigkeiten zum Google Home, das habe ich ja unter anderem im Haushalt und der konnte ja bisher schon zwei Befehle gleichzeitig verstehen. Sprich, ja, Google Home macht die Lautstärke höher und spiele Lead XYZ ab und jetzt kann es demnächst auch drei Befehle. Also, Google Home macht die Lautstärke leiser, spiele Titel XYZ an und macht das Licht in der Küche aus. So, böses Beispiel aber, ihr wisst, was ich meine. Das Ganze wurde über Twitter bekannt gegeben, aber mittlerweile schon wieder gelöscht, denn anscheinend ist die Funktion erstmal in den USA, Kanada, UK und Australien verfügbar, sprich in den englischsprachigen Ländern und wann es zu uns kommt, ist derzeit noch unbekannt. Aber ich hoffe, das wird nicht allzu lange dauern. Nächstes Thema, Twitter. Die schrauben mal wieder an der Möglichkeit, wie die Tweets angezeigt werden. Die chronologische Timeline ist ja schon eine lange Vergangenheit und mittlerweile gibt es ja diverse Algorithmen, die den Nutzer mit den Tweets versorgen sollen, die ihn einem wirklich interessieren. Und jetzt geht es erstmal wieder ran. In erster Instanz diesmal auch wieder, erst in den Amerika und dann in den nächsten Wochen und Monaten verteilt dort auch. Und wann es dann zu uns nach Europa oder Deutschland kommt, das steht noch in den Sternen. Und was steht da an? Unter anderem wird das Explore-Tab geändert. Dort wurden bisher die Inhalte nach Medientypen sortiert. Das wird nun auf Themen geändert. Und unabhängig vom Medium wird halt das Thema präsentiert, was den Nutzer eventuell interessieren könnte. Die Your Timeline und die News erhält ebenfalls Änderungen. Die haben sich dort bislang auf Sport bezogen. Nun soll es dort auch News und Breaking News geben. Und das Moments Feature erhält auch Neuerungen. Dort wird die Scrollrichtung geändert, warum auch immer. Und statt Horizontal wird künftig vertikal gescrollt. Das soll angeblich wohl besser sein für den Konsum von Tweets. Und ja, mein Gott. Also, es dauert erstmal noch ein bisschen, bis wir die Funktionen auch haben. Von daher immer mit der Ruhe. Aber es gibt einen Bereich, der ist auch sofort für deutsche Nutzer verfügbar. Und das ist nämlich ein Bereich zur Fußball-Weltmeisterschaft. Dort gibt es eine eigene Seite für. Und dort könnt ihr dann alles, was zur WM auf Twitter passiert, verfolgen, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr statt Twitter lieber Snapchat nutzt, dann gibt es vielleicht demnächst auch Neuerungen. Denn mittlerweile, wir haben hier auch beim Geek Talk, dem ich schon darüber berichtet, hat Snapchat jetzt wirklich letztendlich eine Entwicklerplattform rausgebracht. Und die heißt SnapKit. Das ist ein Satz von APIs, also Interfaces, wo man mit einem, ja, wie erklärt man eine API? Ihr wisst vielleicht so wahrscheinlich eh, was eine API ist, aber halt, wo sich andere Entwickler mit ihren Apps andocken können. Und die können dann zum Beispiel Snapchat für ihren Login benutzen oder die Bitmojis in ihr Keyboard einbauen oder von der SnapMap Content nehmen und nutzen. So als Beispiel. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Entwickler können sich jetzt andocken und das wird spannend zu sehen, was in den nächsten Monaten so passiert. Als Launchpartner ist unter anderem Tinder dabei und die bringen nämlich dann die Bitmojis in den Tinder-Chat rüber. Ja, gucken wir mal, was da passiert. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, denn hier wird gerade bei Snapchat groß die Privacy-Fahne hochgehalten und sich damit ganz klar gegen Facebook platziert, die ja eben den Privacy-Skandal hatten, wo Daten abgegriffen werden konnten und Snapchat sich da jetzt in der Nische irgendwie schön platziert und sagt, bei uns geht das nicht aus diversen Gründen und wir sind da weitaus, ja, privatsfähig und freundlicher. Ob das dann wirklich so ist, abwarten. Ja, abwarten kann man auch beim nächsten Thema. Wenn nichts Neues, dann gucken wir mal, was Elon Musk wieder angekündigt hat und der hat jetzt angekündigt, Chicago zu untertunneln oder um genauer zu sein, vom Chicago O'Hara International Airport in die Innenstadt einen Tunnel zu bauen. Die Tunnel wollte er auch schon woanders bauen mit seiner Boring Company und jetzt hat er den Zuschlag in Chicago bekommen und dort soll dann ein, ja, Schnellzug für 16 Passagiere jeweils, der autonom fährt, mit Geschwindigkeiten von 100 Meilen pro Stunde da durchballern und dann braucht man für die Fahrt nur noch zwölf Minuten. Mit einem Taxi hätte man 30 bis 40 Minuten und der ganze Spaß soll auch nur 20 bis 25 Dollar für den Fahrgast kosten. Wann das jetzt wirklich akut wird und der mal anfängt zu buddeln, das steht erstmal auch noch in den Sternen, was der ganze Spaß kostet zu buddeln, das weiß man auch noch nicht, aber wir halten da weiter ein Auge drauf und gucken, was der Elon Musk noch so alles an Ideen rausbringt. Und das war's auch für heute. Ich wünsche euch einen tollen Freitag und dann natürlich auch ein ganz tolles Wochenende. Macht was draus, im Zweifelsfall guckt er halt, Fußball ist ja WM. Am Montag wird der Martin euch wieder mit News versorgen und ich sag mal bis in einer Woche dann, wenn ich wieder dran bin. Aber hört auch bei Martin rein. Und wenn ihr wollt, hinterlasst uns auch mal wieder einen Kommentar oder auch eine Bewertung auf iTunes, das hilft uns auch immer, um den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Danke euch und wie gesagt, schönen Freitag, schönes Wochenende. Bis bald. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.